ja und damit herzlich willkommen zurück zu the witcher 3 wir sind hier in den höhlen vom blutigen baron und ich ja lud mal erst alles leer man kennt es ja schimmer verbessertes wolf silberschwert da sind sogar zwei christen das ist sehr schön das war es aber auch schon kruft weib absolut können wir glaube ich lieber assassin hose hört sich interessant wir müssen hier hoch glaube ich genau krass seewand pilze licht ich bin fast da dann würde ich sagen geschehen in diesem war das waren bälle annie und ich haben einige mitgemacht wie wir tanzten und uns drehen 1 2 3 1 2 3 genug egal wie du es anstellt die lieferungen müssen wöchentlich erfolgen bleibt ihr nicht zum tee nein du hast noch einen anderen gast unser verfechter der unterdrückten sei gegrüßt der ruf eilt mir voraus das stimmt als ich vom gemetzel meiner männer hörte hoffte ich dass sie dich fangen und hängen oder zumindest auspeitschen aber dann dachte ich mir die halsabschneider hat er alleine in die tasche gesteckt so ein zäher kerl könnte nützlich sein wie ich gedacht habe alter ich bin kein nützlich für was nützlich wie so gehört sich das ich bin sicher wir werden gut zusammenarbeiten hier entlang eins noch du machst diesmal besser keinen ärger denk daran ich habe noch nicht über dich entschieden das mache ich nach unserem gespräch okay ich hatte recht damit es schon schlau fühl dich wie zu hause so wo ist der verdammte wodka da ist er ja ein schlückchen klar warum nicht ganz nach meinem geschmack nach voll tests tot und natalys verschwinden verdammt auf welche anständigen termeria kann man heute noch trinken trinken wir auf uns warum nicht nun zur sache ich bin philipp strenger doch in den dörfern hier nennt man mich den blutigen baron gerald von riva in den dörfern nennen sie mich den schlechter von blaviken ich weiß wer du bist das ist auch der einzige grund für unser gespräch gefällt es dir in wählen es ist grauen voll nein überall süpfe moore und schlamm ganz genau wenn hier jemand vom weg abkommt findet man ihn kaum wieder worauf willst du hinaus viele haben hier ihre liebsten verloren manche ihre frauen andere ihre töchter oh ja tisch da das kennen wir du drohst mir es war keine drogen komm endlich zur sache ziri ihretwegen bist du gekommen richtig sie war also hier sie kam vor einiger zeit hierher erschöpft verwundet und stank wie ein nasser hund nach einer jagd wie ich erfuhr kam sie aus dem sumpf mhm interessant sie sagte ein monster aus dem wald hätten sie vor dem dorf angegriffen ergriffen spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Ja. Das, ähm, ja. Ich habe damals etwas erwähnt, als wir hier waren, schon mal mit Geralt. Und, äh, ja. Das ist das gerade, ja. Deswegen, wir waren damals schon hier, mit Geralt. Natürlich, äh, sie braucht Hilfe. Stimmt. Sie kann ja so teleporten. Aua. Aua. Das ist so geil, ne. Sie hat so einen schnellen Angriff, ey. Das ist so krass. Kannst wieder runterkommen. Spring nicht. Äh. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Äh. Nein. Ich verirre mich nie. Ich verirre mich nie. Hm. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was machst du denn hier auch? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich ein Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Ähm. Warum den süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagt, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Alter, what the fuck? Alter. Die haben das Kind einfach ausgesetzt. Also, ja doch, sie haben es ausgesetzt. Oh ja, hier geht es um süßen Pfad. Es ist alles, was du willst. Weißt du, egal ob das giftig ist, weiß nicht, die wollten die komplett einfach loswerden. Alter. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heiter früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm. Ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zehen. Und er war schrecklich fürchterlich. Mhm. Okay. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm. Ich helf dir hoch. Ähm. Achso, da. Okay. Okay. Hä? Äh. Äh. Ich helf dir hoch. Klauen. Ich liebe es. Ciao. Ich brauche mir den ganzen Klauen hier. Oh, massakriert. Du kannst jetzt rauskommen. Von einem etwas mit enormen Klauen. Mann, hast du Mut? Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Oh ja. Wir wissen ja jetzt, wer ihr Vater ist. Na, es ist schon krass, das zu wissen. Oh, massakriert. Ja, ja, wir wissen es. Von einem etwas mit enormen Klauen. Warte mal. Hier geht's nämlich auch mal lang. Schau mal. Da ist etwas. Wo denn? Ähm. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Ja, klar. Das sehe ich auch sofort. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Ja. Pfft. 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 Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Äh. Das ist furchtbar. Ja. Bleib da und sie weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Lippen geöffnet. Geschwollen. Zunge zerbissen. Ihh. Große Schmerzen vor dem Tod. Augen. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Brust. Das ist... Brust zerschmettert. Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Pfft. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Ja, toll. Passen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Hm. Klar. Was war der Wolfskönig? Ja. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Dann mache ich ihn platt. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsam machen? Nein. Ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbann? Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Hm. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Vesemir. Von ihrem Vater? Ganz sicher nicht. Was war das hier? Interagieren. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Ah, sammle Hundspetersilie. Hörst du? Wölfe! Warum hat sie eigentlich kein Silberschwert? Das verstehe ich noch nicht ganz. Hat sie sich das noch nicht verdient? Oder? Hat sie sich das noch nicht verdient? Du kannst draufkommen. Silber steht oder? Ja klar. Ja und? Da oben ist eine Pflanze, da komme ich nicht dran. Ey, wie unfair. Ja. Aber ein Schwein hier? Wie muss es in der Nähe eine Siedlung geben? Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Weges gibt es genug zu essen. Alles klar. Sag mal, wo kriege ich denn jetzt die letzte Hundspetersilie her? Hä? Ich habe auch keine Hälfte. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Aber warte mal. Lass mich erstmal... Hä? Hase. Oh lol. Das ist einfach so ein Hase rum. Typ? Loot? Ist nicht für mich. Das habe ich schon gelootet mit Geralt. Ey. Moin. Hier ist Hundspetersilie. Ne, das ist keine Hälfte. Doch. Boah. Okay. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. In der Höhle, hä? So ist es am Anfang. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Wenn sie von wie sie mir sind, dann sind sie sicherlich ziemlich nützlich. Warum sind wir jetzt wieder hier? Warum liegt da noch eine Leiche? Hier kommt doch jetzt 100 Uhr. Warum sind wir jetzt wieder hier hinten? Kommst du? Kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du? Spring hier runter. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich in die Höhle. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Okay. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Hi. Hey. Aua. Blut. Danke. Man, dem hast du es aber gegeben. So was habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Brandwein? Leider habe ich ein, zwei Hieber abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann. Der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Oh jo. Ähm... Die gönnen sich ja alles. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Genau. Alter. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... Pssst! Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Mhm. Okay. So war das also. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Äh, wie... Wieso? Ich weiß, was du willst. Ja, ich kann's mir schon denken. Gretka, wo ist sie jetzt? Das kleine Mädchen, das mit Ciri her kann. Was ist mit ihr passiert? Gretka, die ist wohl auf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt? Darüber reden wir ein andermal. Ich weiß, was du willst. Kann ich mich nicht sagen. Diese Information krieg ich wohl nicht umsonst. Genau. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Warum soll ich dir trauen? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Tja, das muss wohl reichen. Nee, ablehnen kann ich nicht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie. Aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, wählen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Und richtig. Mh. Das ist ein letztes Teil, was ungewöhnliches ist, ehe sie verschwanden. Änderungen im Verhalten, seltsame Aktionen. Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Wählen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Äh, habt ihr Feinde? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens tauge nicht zu und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, lege schon lange im Staub. Mh, haben deine Männer sie belästigt? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint. Alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne. Aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Oh. Ähm, ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise. Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ach so. Ja, okay. Aber du wärst auch mitgekommen, wenn die Türen nicht verschwassen werden. Okay. Was ist da versteckt unter dem Tresen? Seht ihr das? Da ist ja wirklich was versteckt. Lul? Ach, da unten ist ein Keller. Okay. Äh, Neu Quest, Siris Zimmer. Ja, da würde ich auch gerne mal reinschneiden. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das mal vor. So ein Trophäe. Lul. Okay. Okay. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich ziehe ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Okay, hier geht's rein. Geh mir aus. Naja, ich komm gleich, äh, Baroni. Hallo? Aber ist hier nicht die eine? Du bist also Gretka. Oh. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Siri hat mir von dir erzählt. Ah, was hat Siri noch gesagt? Du und Siri habt wohl viel geredet. Oh, ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Nee. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Freund? Ist ja Freund. Siri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Siri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Blau. Aber Siri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grüner Stein. Ein grüner Stein? Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut. Zeig ihn keinen. Er ist sehr viel wert. Nippo. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Ja, ich... Nein, ja. Ich kenne mir trotzdem die Sachen. Ja. Noch irgendwas zum Looten? Nö. Okay. So. Warte mal. Hier war noch ein Zimmer. Siri war also hier. Hier ist noch ein Lager. Perfekt. Das wollte ich nämlich mal unbedingt aufsuchen, weil... Das Ding wollte ich ablegen. Was ist das hier? Überlegener Sattel. Oh, den können wir sogar austauschen. Okay. Ich wollte hier irgendwas ablegen. Genau. Das Viper Silberschwert. Weil ich das nicht brauche im Moment. Also halt gar nicht eigentlich. Ja, was ist das? Ja. Die Bücher kann ich auch alle nicht ablegen. Hab ich noch gar nicht gelesen. Kann ich das nicht lesen? Hendricks Notizen. Hab ich noch nicht gelesen. Sonst hier der ganze Scheuer ist im Bausch noch später. Was ist das hier? Neckar. Kriegermutern gehen. Angriffskraft. Rotes ist auch Angriffskraft. Äh. Boah. Ja. Dann lassen wir das mal so. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Naja. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die etwas kürzer sein wird. Weil ich hatte einmal die Folge, die war ziemlich, ziemlich lang. Die war fast doppelt so lang wie eine normale Folge eigentlich. Deswegen mache ich die nächste Folge nur 20 Minuten. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall trotzdem fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns dann später wieder. Bis dahin. Ciao.